Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe hier heute dieses Paket bekommen von Amazon. Ihr könnt ja schon im Titel sehen welches Spiel es ist. Das werde ich jetzt mal öffnen. Hier haben wir das PS5 Spiel Immortals Fenyx Rising. Ist ja so eine Art Rollenspiel. Hier in der Limited Edition. Enthält die Vollversion des Spiels und digitale Zusatzinhalte. Ja, gehen wir mal auf die Daten ein. Es geht für einen Spieler, Netzwerkfunktionen, 40 GB Minimum, Vibrationsfunktion und Trigger-Effekt werden unterstützt und Ingame Käufe sind möglich. Ja, werde ich das ganze jetzt mal unboxen. Ja, hier das Spiel. Innen drin kein Wendecover. Hier sind noch irgendwelche Dinge drin. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall ist auf der Vorderseite ein Code der Limited Edition. Hier steht auch welche zusätzlichen Inhalte da verfügbar sind. Sonst nur in verschiedenen Sprachen. Und hier noch ein bisschen Werbung. Und ja, das wäre dann für die Ultimate Edition, wenn man ja auch den Season Pass hat. Alles klar, das war das kleine Unboxing zu dem PS5 Spiel Immortals Fenyx Rising in der Limited Edition. Ich bin damit raus. Bitte wieder einschalten und weiterhin kommentieren und abonnieren. Ciao! 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 Ciao!